Die Schweiz ist ein beliebtes Ziel für deutsche Vorruheständer und Pensionäre, die auswandern und den Ruhestand in einem Umfeld genießen wollen, wo alles funktioniert. Niedrige Steuern, eine atemberaubende Landschaft, frische Luft und politische Stabilität machen das Land der Eidgenossen zu einem Paradies für den Herbst deines Lebens. Allerdings gibt es auch einige steuerliche und rechtliche Besonderheiten zur Schweiz, die man als deutscher Ruheständler oder Vorruheständler unbedingt beachten muss. Und dazu wollen wir heute sprechen. Zunächst möchte ich natürlich hier sagen, dass die Schweiz nicht für dich geeignet ist, wenn du nicht gut situiert bist. Also, ich sage dir meine Meinung. Davon kannst du halten, was du willst. Wenn du und dein Partner oder deine Partnerin gemeinsam nicht mindestens 100.000 Brutto im Jahr verdienen, 100.000 Euro oder Franken, dann würde ich den Umzug an deiner Stelle nicht machen. Das klingt jetzt krass, aber die Schweiz ist sehr teuer. Die Lebenshaltungskosten sind einfach viel zu hoch. Du wirst nicht glücklich. Natürlich relativiert sich diese Zahl, wenn du Kinder in der Schweiz hast, die dich unterstützen oder du Vermögen hast, von denen du leben kannst, ganz klar. Für den anderen wird es auch vielleicht 90.000 sein, wer weiß. Aber grundsätzlich, du musst mindestens sechsstellig verdienen im Ruhestand, meiner Meinung nach, damit das Ganze sich in der Schweiz lohnt. Der Betrag zeigt schon, nur wer Leistungen aus der betrieblichen oder privaten Altersvorsorge enthält, sollte in die Schweiz umziehen. Ansonsten rate ich dir, gehen den Schwarzwald ist wunderschön, ist der Schweiz sehr ähnlich, sehr nahe bei der Schweiz, nur viel günstiger. Befassen wir uns dann zunächst mal mit der Aufenthaltsbewilligung. Aufgrund der bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU sind die U-Bürger den Schweizern rechtlich so gut wie gleichgestellt. Rentner, Vorruheständler und übrige Nicht-Erwerbstätige aus EU- und EFTA-Staaten haben das Recht, eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz zu erhalten, wenn sie über genügend finanzielle Mittel verfügen und umfassend gegen Krankheit und Unfall versichert sind. Grundsätzlich sind die finanziellen Mittel dann ausreichend, wenn Schweizer in der gleichen Situation keine Sozialhilfe beantragen können. Für die Beurteilung sind die Richtlinien für die Messung der Sozialhilfe in der Schweiz maßgebend. Bei neu einreisenden Rentnern muss zudem sichergestellt sein, dass die finanziellen Mittel höher sind als der Betrag, der in der Schweiz zum Bezug von sogenannten Ergänzungsleistungen berechtigt. Wie ist der Ablauf? Du meldest dich bei der Einwohnerkontrolle deines Wohnortes an. Die Gemeindebehörde stellt die Anmeldeunterlagen dem Amt für Migration und Integration zur Prüfung zu. Bei einem positiven Bescheid wird der Ausländerausweis B der Gemeindebehörde zur Aushändigung an dich zugestellt. Bei einem negativen Bescheid, also wenn dir die Bewilligung nicht erteilt wird, kann die gesuchstellende Person eine einsprachige, fähige Verfügung verlangen. Während also die Aufenthaltsbewilligung für jeden EU-Bürger in der Schweiz relativ straightforward ist, wenn du die richtigen finanziellen Mittel hast, will der eine oder andere vielleicht aus seinen alten Tagen noch die Schweizer Staatsbürgerschaft annehmen. Das ist nun tatsächlich ein komplizierter Prozess und du musst dich auf einen Spießrutenlauf gefasst machen. Wenigstens in manchen Gemeinden und gerade in der Innerschweiz, wo es ja steuerlich so attraktiv ist. Mindestens zehn Jahre Wohnsitz in der Schweiz, gut integriert musst du sein, einen Job haben bzw. finanzielle Mittel, keine Sozialleistungen beziehen, einen einwandfreien Leumund besitzen und ausgeprägtes Landeswissen vorweisen. Wer den Schweizer Pass erhalten möchte, muss vieles über sich ergehen lassen. Doch das Schwierigste kommt wie so oft zum Schluss, denn die Schweiz ist weltweit der einzige Nationalstaat, in dem Übereinwürgerungen auf lokaler Ebene, das heißt in deiner Gemeinde, abgestimmt wird. Jede Stadt, jede Gemeinde, jedes Dorf, sei sie noch so klein, hat das Recht zu entscheiden, wer Schweizer werden darf oder eben nicht. Wie dies geschieht, steht ihnen dabei ebenfalls frei. Ob durch eine Kommission, den Gemeinderat oder durch eine Bürgerversammlung. Einzig eine Entscheidung per Urnengang wurde vom Bundesgericht als verfassungswidrig eingestimmt. Wie findet sowas statt? Also, es wird eine Bürgerversammlung eingeberufen. Dort werden von den Gemeindemitgliedern erst intime Details des Privatlebens des Antragstellers aufgezählt, ehe dann der Antragsteller den Saal verlassen muss und es zur Abstimmung kommt. Die Daten dieser Praxis zeigen natürlich, dass es dabei unweigerlich zur Diskriminierung kommt. Der Anteil Nein-Stimmen ist in Urnenabstimmungen für Personen aus der Türkei oder dem ehemaligen Jugoslawien 40 Prozent höher als für eine gleich gut qualifizierte Person aus einem nord- oder westeuropäischen Land. Das sagt der ETH-Professor Donald Hangartner, der hier diese Zahlen untersucht hat. Also, wenn du auch Schweizer werden willst nach zehn Jahren, dann musst du dich auf komplizierte Prozesse hier einstellen. Nächster Punkt, Kauf einer Immobilie ist ja für viele interessant, die in die Schweiz umzielen wollen. Anders als in vielen anderen Ländern ist es in der Schweiz für Ausländer vielfach nicht möglich, eine Immobilie zu erwerben. Man benötigt zunächst eine Genehmigung. Kaufbewilligungen sollen verhindern, dass schweizerischer Boden in ausländische Hände gerät. Aber nicht alle Ausländer brauchen eine Bewilligung. Entscheidend ist die Staatsangehörigkeit, zusätzlich unter Umständen auch der Aufenthaltsstatus der ausländischen Person. So, und hier hast du jetzt Glück. Für EU-Bürger, die in der Schweiz leben, was du hier vorhast und möglicherweise auch tun wirst, gilt, Du hast beim Immobilienerwerb dieselben Rechte wie ein Schweizer. Du benötigst für den Kauf einer Wohnung, eines Hauses oder eines Grundstücks keine Bewilligung. Das Gleiche gilt für Inhaberinnen und Inhaber einer Niederlassungsbewilligung C, selbst wenn sie kein EU-Bürger sind. EU-Angehörige, die als Grenzgänger in der Schweiz arbeiten, vielleicht ist es momentan dein Status, du hast den Ausweis G, können in der Gegend ihres Arbeitsortes ohne Bewilligung eine Zweitwohnung erwerben. Diese aber während der Zeit, in der sie nicht als Grenzgänger arbeiten, nicht vermieten. Alle anderen Personen brauchen eine Bewilligung und diese ist halt sehr restriktiv. So dürfen beispielsweise nur 1500 Schweizer Ferienwohnungen pro Jahr in der ganzen Schweiz an Ausländer verkauft werden. Mein Tipp ist daher, erst mal mieten, schau, dass du in der Schweiz wohnst, die Bewilligung hast und dann kannst du ja kaufen, wenn du richtig dort angekommen bist. So, jetzt kommen wir zu den steuerlichen Themen. Für viele sicherlich die wichtigsten Fragen beim Umzug in die Schweiz. Zunächst mal, welche steuerlichen Vorteile hat die Schweiz? Neben den allgemein niedrigen Steuern im Vergleich zu Deutschland gibt es meist keine Erbschaft- und Schenkungssteuer in den meisten Kantonen, wie gesagt. Aber natürlich, Vorsicht, du fällst natürlich für eine gewisse Zeit noch unter die deutsche Schenkung und Erbschaftssteuer. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Die meisten Kantone außer Appenzell, Neuenburg und Bad haben die Schenkung und Erbschaftssteuer abgeschafft, wenn der Ehepartner oder direkte Nachkommen begünstigt werden. Sofern entferntere Verwandte begünstigt sind, wirst du von der Hälfte der Kantone im Vergleich zur EU sehr moderat besteuert. In der Schweiz gibt es keine Kapitalertragssteuer für natürliche Personen. Egal, ob du als Privatanleger Aktien verkaufst, Kryptowährung oder sonst welches Vermögen, die Erlöse sind steuerfrei. Wohlgemerkt, Privatanleger und es geht um persönliche Vermögensverwaltung nicht, wenn du das Hauptberuf nicht machst. In der Schweiz gibt es keine Wegzugsteuer, kein Außensteuergesetz, keine Beherrschungsregeln für natürliche Personen. Wenn du also weiterhin entsprechende Beteiligungen im Ausland hast, dann bist du in der Schweiz sehr gut aufgestellt. Was sind allgemeine steuerliche Aspekte, wenn es um die Schweiz geht und wenn du als Deutscher in der Schweiz wohnst? Zunächst musst du wissen, dass anders als in Deutschland die Schweiz keine einheitlichen Steuersätze kennt. Die Höhe der Steuern ist von Kanton zu Kanton und im Kanton von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Das Steuergefälle ist echt krass. Während du bei 100.000 Franken Einkommen im Kanton Zug zum Beispiel mit 6% Steuern bezahlst, sind in Neuchatel in der Westschweiz massive 20% fällig. Vergleich das mal mit Deutschland. Das geht natürlich hoch, je mehr du verdienst, ist ja ganz klar. Das ist aber nur der eine Aspekt, denn Ruheständler bezahlen ja oft auch im Herkunftsland Steuern. Hier entscheidet das Doppelbesteuerungsabkommen, welches Land ein Besteuerungsrecht hat. Gemäß dem Artikel 18 im deutsch-schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen gilt, Renten, Ruhegehälter und ähnliche Vergünstigungen für eine frühere unselbstständige Tätigkeit werden grundsätzlich im Wohnsitzstaat besteuert. Der Staat, aus dem die Rente oder die Pension bezahlt wird, hat also in der Regel kein Besteuerungsrecht. Zu den hier runterfallenden Ruhegehältern gehören jegliche Renten, Kapitalleistungen oder andere Vergütungen aus privatrechtlichen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge. Anderes gilt für öffentliche Bezüge, also wenn du jetzt im öffentlichen Dienst warst oder Beamter warst. Deutsche Renten und Leistungen aus der privaten und betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland werden also im Grundsatz in der Schweiz versteuert. Jetzt denkst du vielleicht, super, ist ja cool, jetzt ziehe ich hier mit meiner Rente nach Zug und zahle dann nur 6% Steuern auf meine betriebliche Altersvorsorge. Nein, es kommt nämlich nun eine ganz wichtige Ausnahme. Die Schweiz ist ja bekanntlich mit ihren niedrigen Steuern ein rotes Tuch für den deutschen Staat und ein ständiger Stachel im Fleisch des deutschen Finanzministers. Daher werden Wegzügler aus Deutschland in die Schweiz ganz gemein gepiesackt. Man will Deutsche mit Gestapo-Moden davon abhalten, in die Schweiz umzuziehen. Es gilt Folgendes. Bei einer in der Schweiz ansässigen Person, die nicht die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt und in Deutschland mindestens fünf Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war vor dem Umzug, kann Deutschland in dem Jahr, in dem die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland endet und in den folgenden fünf Jahren, die aus Deutschland stammenden Einkünfte, dann beschränkt besteuern. Also nochmal, jeder, der kein Schweizer ist und vor dem Umzug mindestens fünf Jahre lang in Deutschland gewohnt hat, der ist auch fünf Jahre nach dem Umzug und im Jahre des Umzuges weiterhin in Deutschland für deutsche Einkünfte steuerpflichtig. Die in der Schweiz zu zahlende Steuer wird angerechnet. Diese Wegzügler-Regel findet allerdings keine Anwendung, wenn der Wegzug in die Schweiz wegen einer Heirat mit einer Schweizer Person erfolgt oder wenn du in der Schweiz einer unselbstständigen Tätigkeit nachgehst. Also wenn du jetzt in der Schweiz einen Job hast und deswegen in die Schweiz umziehst, ganz wichtig, darf nicht bei deiner eigenen Firma sein, du darfst an der Firma, wo du arbeitest, nicht beteiligt sein, dann gilt diese Regel nicht. Diese Vorschrift hat Deutschland im Paragraf 2 des Außensteuergesetzes konkretisiert, sodass der Wegzügler selbst nach Aufgabe des deutschen Wohnsitzes noch immer der beschränkten Einkommenssteuerpflicht in Deutschland unterliegt. Das bedeutet für dich als Ruheständler oder Vorruheständler für das Zuzugsjahr und die darauffolgenden Jahre, es sind hier nur fünf Jahre, obwohl ja eigentlich gemäß der weiterbeschränkten Steuerpflicht zehn Jahre vorgesehen sind, aber Artikel 4 des Doppelsteuerungsabkommens reduziert eben die zehn Jahre, für sämtliche Einkünfte aus Deutschland in Deutschland steuerpflichtig bleibst. Da auch die Schweiz gemäß DBA für diese Einkünfte Steuern verlangt, musst du also die Einnahmen in beiden Ländern in der Steuerklärung deklarieren. Zur Doppelsteuerung kommt es aber nicht, da Deutschland die in der Schweiz bezahlten Steuern anerkennt. Was heißt das konkret und was ist mein Tipp? Wenn du es beeinflussen kannst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, frühzeitig in die Schweiz umzuziehen, also möglicherweise sechs Jahre vor dem Ruhestand. Also mal angenommen, du erwartest die ersten Zahlungen aus einer Pensionszusage zum Beispiel in sechs Jahren, kannst du jetzt in die Schweiz umziehen und kannst diese dann in sechs Jahren letztlich vereinnahmen, ohne in Deutschland weiter Steuern zahlen zu müssen. Eine Alternative wäre vielleicht für deinen Arbeitgeber in der Schweiz zu arbeiten, wenn sie dort eine Niederlassung der Tochtergesellschaft haben. Dann, wie gesagt, bist du möglicherweise sofort nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig, denn wir haben ja gehört, wer in die Schweiz wechselt wegen einer Arbeitsstelle, der ist nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig. Das alles muss man natürlich dann hier prüfen durch deinen Steuerberater in der Schweiz und in Deutschland. So, so viel zur Allgemeinsituation. Jetzt gibt es natürlich in der Schweiz noch die Pauschalbesteuerung und viele Ruheständler und Vorruheständler finden diese sehr interessant. Wenn du zum Beispiel Vorstand eines großen Unternehmens in Deutschland warst oder bist und im Ruhestand oder Vorruhestand satte Pensionszusagen erwartest, dürfte dich die Pauschalbesteuerung in der Schweiz stark interessieren. Dabei zahlst du Steuern wie Formel-1-Rennfahrer in der Schweiz, Lewis Hamilton zum Beispiel, Michael Schumacher ganz früher und andere Promis in der Schweiz. Die Steuer bemisst sich letztlich auf Basis deiner Lebenshaltungskosten, insbesondere des sogenannten Mietwertes. Um das zu verdeutlichen, schauen wir uns erstmal die reguläre Besteuerung an. Mal angenommen, du ziehst nach Genf um. Genf ist ja nun eines der teuersten Gebiete hinsichtlich der Steuern in der Schweiz. Bei Ruhestandsbezügen in Höhe von 500.000 Euro, also wie gesagt, wir sprechen jetzt hier von einem Vorstand eines großen Unternehmens. Ich weiß, das klingt für viele als ein hoher Bezug, aber so ist die Realität. Viele haben solche Bezüge. Bezüge werden 180.000 Euro Steuern in Genf fällig. Bei einer Million sind es 405.000 Euro. Die werden in der Schweiz fällig, also in Genf. Das ist natürlich nicht wenig. Allerdings musst du im Jahr des Umzugs und in fünf Jahren danach auch noch Steuern in Deutschland bezahlen. Tatsächlich würden also, wenn du diese Bezüge bereits im Jahr des Umzuges erhältst, dann in den ersten fünf Jahren 225.000 Euro Steuern fällig werden bei 500.000 und 462.000 Euro bei einer Million Euro Bezügen in Genf, inklusive der deutschen Steuer, die da noch fällig wird. Jetzt schauen wir uns mal die Pauschalbesteuerung an. Bei der Bezüge-Besteuerung wird nun das Siebenfache der Schweizer Wohnkosten als Bemessungsgrundlage angesetzt. Die Mindestbemessungsgrundlage sind 400.000 Franken. Einige Kantone haben jedoch bereits heute höhere Hürden bei der Pauschalsteuer und der Vermögenssteuer eingeführt. So hat der Kanton Schwyz, nähe Zürich, am See, wunderschön, eine Mindestbemessungsgrundlage von 600.000 Franken sowie bei der Vermögenssteuer von 12 Millionen Franken eingeführt. Würdest du als Vorruhestand oder Ruhestandler mit 500.000 Euro oder 1 Million Euro Pensionszusage also nach Freienbach ziehen, wo ich zum Beispiel selbst gewohnt habe, ist der steuergünstigste Ort in der Schweiz, fallen dann nur 120.000 Euro Steuern mit der Pauschalbesteuerung an. Wie gesagt, die Höhe des Einkommens ist ja da nicht relevant. Du kannst den Unterschied schon sehen, ist natürlich enorm. Jetzt müssen wir uns aber den bösen deutschen Finanzbehörden zuwenden, die dir leider in die Suppe spucken wollen. Wie gesagt, im Grundsatz gilt für jeden Wegzügler von Deutschland in die Schweiz, für fünf Jahre musst du Einkommen aus deutscher Quelle in Deutschland versteuern. Das trifft auch für die Pensionszusage zu. Planst du den Umzug nach Genf oder in einem anderen Hochsteuerkanton der Schweiz, wird dies kaum einen Unterschied machen. Es macht einen, aber wir haben vorhin gesehen, nicht so viel. Dann dürft ihr es nicht weiter tangieren. Wichtig ist dann auch, dass du aus deutscher Sicht nicht in ein niedrig besteuertes Gebiet umgezogen bist. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht gilt nicht. Nach fünf Jahren bist du aus dem Steuergefängnis entlassen und kannst dann natürlich in jedem Kanton der Schweiz umziehen, auch in die Steuergünstigke. Nutzt du nun aber die Pauschalbesteuerung, dann kommt es jetzt knüppeldick. Du bist damit in ein Niedrigsteuerland umgezogen, fällst unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht nach § 2 Außensteuergesetz und musst noch für zehn Jahre in Deutschland abdrücken. Es gilt, du bist nicht in der Schweiz ansässig steuertechnisch. Damit ergibt sich im Jahre des Wegzugs und in den zehn Folgejahren eine gesamte Steuerbelastung von rund 290.000 Euro pro Jahr bei 500.000 Euro Pensionszusage und 527.000 Euro pro Jahr bei einer Million Euro pro Jahr Pensionszusage. Also macht einen krassen Unterschied. Wir haben ja vorhin gesagt, normalerweise würdest du mit der Pauschalbesteuerung nur 120.000 Euro bezahlen auf das gleiche Einkommen in Freienbach zum Beispiel. Nun hast du zwei Möglichkeiten, diesem zu entkommen. Frühzeitig umziehen, also zehn Jahre, bevor du deine Ruhestandsbezüge behältst. Dann bist du ja ganz sicher draußen aus dem ganzen Theater. Oder aber die sogenannte modifizierte Pauschalbesteuerung nutzen. Die Steuerbehörde des Kantons Schwyz schreibt dazu, die sogenannte modifizierte Pauschalbesteuerung ist in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Sie bildet Voraussetzungen für die Geltendmachung von Abkommensvorteilen bestimmter Doppelsteuerungsabkommen, zum Beispiel für Deutschland, einerseits und für die Geltendmachung der schweizerischen pauschalen Steueranmeldung andererseits. Bei der modifizierten Pauschalbesteuerung wird die betreffende Person steuerlich so behandelt, wie wenn sie für die Einkünfte aus den genannten Staaten, zum Beispiel Deutschland, in der Schweiz ordentlich besteuert würde. Im Unterschied zur ordentlichen Aufwandsbesteuerung werden bei der modifizierten Aufwandsbesteuerung sämtliche Einkünfte aus dem betreffenden ausländischen Quellenstaat in die Kontrollrechnung mit aufgenommen. Die Steuerberechnung in der Kontrollrechnung erfolgt also zum Satz für das gesamte Einkommen, ist ein sogenannter Gesamtsatz. Vereinfacht gesagt heißt es, du zahlst gerade so viele Steuern in der Schweiz, dass du eben nicht unter den Paragraph 2 des Außensteuergesetzes fällst. Es kommt eben nicht zur erweitert beschränkten Steuerpflicht. Die steuerliche Belastung bei der modifizierten Pauschalbesteuerung liegt so irgendwo in der Mitte. Zwischen Pauschalbesteuerung und dem regulären Steuersatz kann möglicherweise interessant sein oder nicht, muss man dann vom Einzelfall her prüfen. Egal ob reguläre oder modifizierte Pauschalbesteuerung, plane den Umzug rechtzeitig. Wenn du kannst, solltest du frühzeitig in die Schweiz umziehen. Such dir einen Steuerberater oder Steueranwalt, der dich hier kompetent beraten kann. So, damit sind wir am Ende unseres Videos hier angelangt. Wenn du Vorruheständler bist oder Ruheständler und in die Schweiz umziehst und hier die steuerlichen Vorteile nutzen möchtest, kannst du gerne ein Beratungsgespräch buchen und wir können hier mal mit dir zusammen eine steuerliche Standortbestimmung machen. Link ist in der Beschreibung unseres Videos. Wir haben einige sehr gute Steueranwälte und Steuerberater sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, die sich spezifisch mit dem Thema Schweiz-Deutschland sehr gut auskennen und schon viele Mandanten betreut haben, die in dieser Situation waren. Wie ich vorhin gesagt habe, die Schweiz ist ein rotes Tuch für die deutschen Steuerbehörden. Man muss mal sehr genau aufpassen und sehr sorgsam planen. Ansonsten setzt man sich hier tatsächlich erheblichen Risiken aus. Die Schweiz kann steuerlich attraktiv sein, wie du es gesehen hast, aber es kommt auf die richtige Planung an. Sonst musst du richtig viel bezahlen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei. � Poseidon der Kanzlei. Beide. Beide.